Und jetzt sagen wir, das ist einfacher, also wenn wir uns richtig machen, haben wir einen einfachen Kampf hier, wir haben noch eine zusätzliche Kraftzufuhr, also falls der sich jetzt aufladen sollte, wäre es uns egal. Aber es kann passieren, dass wir getroffen werden, wegen der verbacken AK-Version und wegen Netmarc und die Motherfuckers-Kinder, kann es sein, dass wir trotzdem getroffen werden, aber schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. Ich mache eine schwere Attacke auf, damit ich mir eine Kombo zusätzlich besorgen kann, kann aber jetzt nicht garantieren, dass das, was ich mir jetzt vorhabe, auch klappt, weil, ja, hat geklappt und jetzt machen wir wieder eine wunderbare Kombo, also eine schwere Attacke. Und, ja, was mache ich jetzt noch hier, warum warte ich, weil ich ihn klein wachen will, damit ich meine Kombo mitnehmen will, meine 100 Hits in die nächste Runde. Aber diese Runde brauche ich für einen speziellen Champion und, ja, deswegen ist Gelutine gefährlich, im Angriff, aber auch in der Verteidigung, wenn man sie gut spielt. Und deswegen wird Gelutine nicht gemocht, bei niemanden. Die Profis lieben sie, aber Anfänger haben einige Probleme mit mir und, ja, hier geht es nicht weiter, hier ist vorbei, wir dürfen hier nicht weitermachen, warum nicht? Ihr könnt euch vorstellen, dass das hier ein knotentrunkens Mischmeister ist und der ist nicht, den mache ich nicht. Den macht entweder einer von meinem Multi-Account oder ein anderer im Team. Aber wir bleiben jetzt mal hier stehen, das reicht doch vollkommen aus und planen dann unseren nächsten Angriff. Ich lobe mich jetzt aus, lobe mich in meinen Second Level Account und dann geht's weiter.